Also das Wichtigste ist wirklich jetzt, ihr dürft schon jetzt einfach nicht aufweichen. So, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal der A&M. Heute heißt es wieder Branchenupdate. Wir sprechen über die aktuellsten Ereignisse im April 2022 und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ja, mit mir sitzt hier wieder der gute Alex Thieme und ja, wir wollen heute sprechen über die Ereignisse, die es so im April in Bezug auf die Branche gegeben hat. Wir als Agentur betreuen ja über 500 Partnerbetriebe und sind da eben sehr, sehr nah dran, auch an den aktuellen Entwicklungen, an den Bewegungen, die es auch so gibt im Markt und spüren da auch sehr schnell, wenn sich irgendwas verändert und darüber wollen wir heute mal sprechen. Genau, Alex, lass uns doch mal direkt loslegen mit dem ersten Punkt. Was ist dir so auch in den Gesprächen mit unseren Partnerbetrieben aufgefallen? Ja genau, es waren natürlich Punkte, die nach wie vor unverändert sind, wie die Materialknappheit, wie die Rohstoffpreise etc. Nur, dass sich jetzt aufgrund der aktuellen Situation die Auswirkungen halt ein bisschen verändert haben. Also wir merken, die Saison geht los. Wir hatten letzten Monat, würde ich sagen, Rekordmonat, was Mitarbeiterprozesse, die wir aufgesetzt haben, angeht, also Leute, die Mitarbeiter einfach brauchen. Das sind wirklich sehr, sehr viele gerade. Das heißt, wir merken, okay, an sich ist die Auslastung ganz gut. Jetzt muss man aber sagen, das trifft nur, ja nicht auf alle Unternehmen zu, sage ich mal so rum. Weil wir haben festgestellt, dass zum Beispiel, wie gesagt, aufgrund der aktuellen Situationen, gerade im Osten, also alles, was so Sachsen darum herum angeht, Thüringen etc. Und in Ostdeutschland. Ostdeutschland, genau. Einfach der Bedarf von Bestandskunden, ja doch, der Bedarf der Bestandskunden, würde man sagen, ein Stück weit zurückgegangen ist. Also wir haben da Partner konkret, die dann halt auch gesagt haben, okay, das hatten wir seit 20 Jahren nicht so gefühlt, dass die Leute so unsicher sind. Sagen, ich weiß nicht, wo ich mit dem Geld jetzt hin soll. Und der Osten ist auch an dem ganzen Thema ein bisschen näher dran. Das heißt, die Kunden, die quasi Produkte nachbestellen oder Dinge nach, oder auch neue Produkte bestellen, die schon vor zig Jahren schon mal Kunde waren, dass die dann nicht mehr so schnell reaktiviert werden können, wie das vor ein paar Monaten oder Jahren war. Genau, ja, davor hat man einfach gesagt, ja, hier ist das jetzt aus, hier ist das Angebot, los geht's. Und natürlich ist das alles auch ein bisschen bedingt durch die Rohstoffpreise, durch die generellen Preise der Produkte, die gehen ja auch nach oben auch da. Natürlich ist klar, je höher der Preis geht, desto weniger Leute können sich das halt leisten irgendwann. Wobei es auch Produkte betrifft, so Markisen und so, wie ich sagen würde, das kann sich eigentlich jeder leisten, der möchte. Wenn es mal 200 Euro mehr kostet, kann man sich das noch leisten, wenn ich will. Und da merken wir halt jetzt auch schon, dass wirklich da Kunden massiv nochmal drauflegen müssen, was Marketing angeht, damit man wieder genau auf den Umsatz kommt, der davor da war. Der davor alleine über Empfehlungen, die haben mal so ein Gefühl, 70, 80 Prozent der Kunden, die unsere Kunden gewinnen, laufen über Empfehlungen. Die letzten 20, 30 Prozent dann oftmals über uns oder andere Wege. Im Schnitt, ne, gibt natürlich auch Kunden, die machen 70, 80 Prozent über uns, weil die halt neu am Markt sind zum Beispiel. Und bei denen, die 70, 80 Prozent machen, sind jetzt vielleicht nur noch 50 Prozent. Die müssen die anderen 50 Prozent ja trotzdem machen, die müssen ja ihre Leute bezahlen. Und dann merken wir schon, müssen die mehr in Werbung gehen, ist auch kein Problem, kriegt man ausgeglichen. Was wir aber auch merken, dass dadurch, dass halt dieser Bedarf nachlässt, fangen die Leute an, ihre Standards aufzuweichen. Und das ist wirklich gefährlich. Ich sag mal, dass mal ein paar Kunden wegfallen so, das ist kein Thema, da kann man einfach, ich sag mal, Anfragen nachschieben, sag ich mal ganz simpel. Das kriegt man dann auch hin, dass man den gleichen Umsatz macht. Vielleicht ein bisschen weniger Gewinn hat am Ende, weil ein bisschen mehr für Werbung ausgibt. Aber was halt gerade passiert, was deutlich schlechter ist, Gewinn muss übrigens nicht mal sinken, man kann natürlich auch die Preise dann nach wie vor anpassen. Ist auch kein Thema. Auch die Werbung wird einkalkulieren, klar. Was viele jetzt machen, ist ihre Standards aufzuweichen. Dann höre ich halt, jo, wir haben früher mal 50 Prozent Anzahlung genommen, jetzt sind wir noch 25 Prozent, weil die Partner, oder die Partner, deren Kunden unsicher sind, ob das Unternehmen weiter danach lebt die nächsten Jahre. Dann gibt es irgendwelche Bürgschaftsgeschichten, wo aber auch nicht jeder für geeignet ist, nicht jeder Lust drauf hat auch. Und das ist ein Riesenproblem, weil wenn ich jetzt anfange zu sagen, okay, statt 50 nehme ich 25 Prozent, ich muss dem Hersteller aber 50 Prozent bezahlen. Also andersrum, ich muss dem Hersteller den kompletten Betrag bezahlen, also 50 Prozent meines Auftragswertes, was dann Material ist, kriege ich aber nur 25 Prozent des Auftragswertes vom Kunden, dann zahle ich 25 Prozent drauf. Und das kann ich sicherlich bei ein, zwei Aufträgen mal machen. Das geht bei den meisten auch. Aber gerade bei den Lieferthematiken, die wir gerade haben, sechs, sieben Monate, bis dann das Geld von dem Kunden wirklich komplett bei euch landet, dann kann es mal schnell ein Betrag sein, der sechsstellig ist. Und das kann sich nicht mehr jeder leisten. Was würdest du jetzt jemandem raten, der eben merkt, dass seine Kunden sich eben nicht mehr so entscheiden, dass sie zum Beispiel Angebote rausschicken und die Leute das aufschieben? Und was würdest du so jemandem raten? Ja, das sind zwei Dinge, die man machen muss. Erstmal vertrieblich besser werden einfach. Von vornherein klarstellen, hey, so und so läuft es halt ab. Von Anfang an sagen, passt auf. Bei uns ist es halt so, wir nehmen 50 Prozent Anzahlung. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir auf 50 Prozent bei dem Hersteller einfach, also es ist genau das, was dem Hersteller auch bezahlen, vorweg bezahlen. Das heißt, wir verdienen da auch nichts dran, so initial, sondern es ist halt wirklich ein Ding, einfach um das Material zu bezahlen. Das ist dann auch für euch zugeschnitten. Das heißt, es ist dann auch für euch da letzten Endes. Und das Problem ist, wenn wir das nicht machen würden, das kann man auch sagen, ihr sagt, okay, ihr wollt möglichst das Risiko vermeiden, dass wir pleite gehen. Wenn wir das nicht machen würden, würden wir garantiert pleite gehen. So wird es nicht passieren, weil wir halt gut aufgestellt sind, weil wir Liquidität haben, ist alles kein Thema. Braucht euch keine Gedanken zu machen. Aber die Unternehmen, die nur 25 Prozent nehmen, da könnt ihr euch drauf verlassen. Da tragt ihr dann zu bei, wenn ihr 25 Prozent durchsetzen wollt, dass die pleite gehen. Weil die haben die 25 Prozent nicht über sechs Monate, bei jedem, der da kauft. Das geht nicht. Und das ist halt Thema eins. Thema zwei, woher kommt das eigentlich? Das kommt ja von der Angst, hey, jetzt lehnt ihr das Angebot ab. Jetzt sagt ihr, ich mache es mit jemand anderem. Diese Angst kommt aber nur, weil dann keiner nachrücken würde, der das Angebot annehmen könnte. Weil eben der Gesamtmarkt gerade ein bisschen nach unten geht, zumindest in Teilen Deutschlands schon. Und da machen wir dann Folgendes, da setzen wir einfach dann Werbung drauf an, dass halt mehr Anfragen wiederkommen. Dass ich dann nicht mehr drei Leute habe, die gerne dieses Produkt hätten, sondern vielleicht sieben Leute habe. Und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn davon sechs Leute wegfallen, weil ich brauche halt nur einen. Ja, ich glaube, die wichtige Sache ist auch zu unterscheiden, wie stark ist auch eigentlich der Bedarf der Anfragen, da reinkommt. Weil wenn du jetzt auch Leute hast, die so aus dem Umfeld sind, die dich kennen und so weiter, da ist jetzt vielleicht ein neues Terrassendach, eine neue Küche, eine Solaranlage und so weiter. Das kann sein, dass das jetzt nice to have ist, das jetzt aufzurüsten. Da gibt es aber auch viele Leute, die dann sagen, naja, dann warte ich jetzt lieber noch ein bisschen. Das ist jetzt nicht so dringend. Das drückt jetzt nicht so. Aber wenn man eben Leute findet, zum Beispiel wie wir das häufig machen mit Partnerbetrieben, dass wir eben aktiv die Werbung schalten, dass wir auch Leute finden, die jetzt gerade den dringenden Bedarf auch wirklich haben. Die sagen, ich will das jetzt unbedingt haben. Die euch aber noch nicht kennen einfach. Genau, die dich noch nicht kennen. Dann ist es eben auch einfacher, diese Standards auch durchzusetzen mit den Anzahlungen, mit seiner Vorgehensweise und so weiter. Und da ist eben wichtig, dass man eben auch so einen Kanal hat, wo man sagt, okay, ich schaffe es auch aktiv, ja, am laufenden Band quasi diese Leute zu bekommen, die sich bei mir melden und sagen, hier, ich brauche das und ich brauche es auch dringend und ich möchte es auch haben. Also zumindest ist der Bedarf da, dass sie sagen, okay, ich möchte mich auch jetzt entscheiden. Natürlich gibt es dann auch noch eine Lieferzeit, das ist eh klar. Das wissen die Leute aber auch. Aber es geht eben darum, ob es jetzt nice to have ist oder ob sie es unbedingt jetzt haben wollen. Also das Wichtigste ist wirklich jetzt, ihr dürft Standards einfach nicht aufweichen. Dass ihr ja durch deine zweite Quelle suchen müsst, irgendwie, wenn ihr an mehr Leute rankommt, das ist irgendwo klar. Aber wenn ihr Standards aufweicht, dann zahlt ihr bei Aufträgen einfach drauf und das ist halt einfach nicht gut. Dann arbeiten eure Mitarbeiter quasi für gar nichts. Ihr verdient kein Geld daran, nur um den Auftrag zu kriegen und das ist es nicht wert, faktisch gesehen. Also immer, wenn ihr an den Punkt kommt, wo ihr sagt, okay, ob sich der Auftrag nach rechnet, weiß ich nicht genau, aber ich mache ihn mal lieber, bevor meine Leute rumsitzen, solltet ihr sagen, nein, ich lasse ihn lieber rumsitzen, lieber kein Geld verlieren an der Stelle, außer halt ihren Gehalt, was ihr sowieso zahlen müsst, bevor ihr halt was macht, was kein Geld bringt. Und dann, wie gesagt, Leute finden, die Bedarf auch jetzt haben. Und die gibt es immer. Ja, also um das nochmal abzurunden, um es nochmal zusammenzufassen, Punkt Nummer eins, die Auslastung geht hoch. Ja, also wir haben trotzdem viel Bedarf an Aufträgen, die abgearbeitet werden müssen. Trotzdem. Ist auch Saison, muss man ja sagen. Ja, ist Saison, klar. Deswegen, viele Leute brauchen Mitarbeiter. Auf dem Mitarbeitermarkt wird es dünner sozusagen. Das heißt, man muss sich umschauen, wie man wirklich auch noch an seine Fachkräfte kommt. Punkt Nummer zwei, die Unsicherheit der Leute. Genau, ja, es gehen Unternehmen mittlerweile schon pleite und die Leute sagen natürlich auch, ja, woher weiß ich nicht, dass ihr die nächsten Seite pleite gehen und dann sind meine 50% Anzahlung weg. Aber es ist halt genau das Ding, wenn ihr 25% Anzahlung, also könnt ihr auch wirklich auch so sagen, wenn wir 25% nehmen würden, könnt ihr euch sicher sein, dass wir pleite gehen. Und dann sind die 25% garantiert weg. Die 50% werden aber nicht weg sein, weil wir halt die 50% bei jedem durchsetzen. Und damit überleben wir. Ja. Und Punkt Nummer drei. Ja, keine Standards senken. Einfach selber die Standards hochhalten, die Margen hochhalten. Also es gibt ja immer so drei, vier Punkte, die ich da häufiger mal höre. Ja, ich verzichte halt auf ein bisschen Marge. Ja, ich mache halt dann, also zum Beispiel nehme halt die Anzahlung runter. Was auch häufiger Leute sagen ist, ja, also wir versuchen den Leuten halt, wir können das auch nicht versprechen und so. Und die Konkurrenten machen dann falsche Versprechungen und so. Das ist ja alles gar nicht notwendig. Ihr könnt ja auch sagen, wenn ein Konkurrenten falsche Versprechungen macht, könnt ihr sagen, es ist nicht möglich, dass du schnellst überkommen. Wenn er das sagt, dann lügt er. Das ist auch kein Thema. Oder wenn einer das sagt, ich würde eigentlich mal dann den Konkurrenten anschwärzen. Das sind halt so die Themen, die ich häufiger mal höre, wo ich sage, okay, du müsstest vertrieblich stärker werden einfach. Ja. An der Stelle. Ich sage mal, die rosige Zeit, die letzten 20 Jahre, sind so langsam vorbei. Es wird schwerer. Ja. Und das merken einige noch nicht, aber alle werden es bald merken. Ja. Wenn du auch auf der Suche bist nach Personal, ja, wenn du Fachkräfte suchst, dann melde dich gerne bei uns. Ja, wir helfen also da über 500 Fachbetrieben mittlerweile, Fachkräfte in ihrer Region zu gewinnen und auch dann zu halten, ja, und auch das Thema, was wir eben angesprochen haben, im Thema Neukunden, ja, wenn du eben Aufträge suchst, die sich auch wirklich lohnen und wo du sagst, okay, ich brauche Leute, die auch wirklich jetzt Bedarf haben, die ihre Angebote, die meine Angebote nicht aufschieben, sondern die sich jetzt auch entscheiden wollen und die auch bereit sind, meine Standards mitzugehen, die Anzahlungen und so weiter zu zahlen, dann kannst du dich auch gerne bei uns melden unter www.am-beratung.de, da können wir dir gerne weiterhelfen in einer kostenlosen Potenzialanalyse und schauen, ja, wie viel Potenzial in deiner Region vorhanden ist und dann, wie wir das Ganze am besten angehen können, ja. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns gerne mal einen Daumen hoch, dann sehen wir auch, dass das Video und die Themen gut bei dir ankommen. Schreib auch gerne in die Kommentare, wenn du Fragen dazu hast, da lesen wir uns das auch immer persönlich durch und antworten dort auf deine Frage und ja, wir hoffen, dir hat es gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Liebe Grüße, mach es gut, bis dann. Ciao. Bis dann, ciao. Ciao.